Herzlich Willkommen zu unserer zwölften Stunde bezüglich dieses Themas Christus und sein Gesetz. Wir haben heute das Thema die Gemeinde Christi und das Gesetz. Es geht um das Verhältnis, welches jetzt seine Gemeinde, die er auf der Erde aufgebaut hat, die er auf dieser Erde ausgestattet hat, einen Dienst auszuüben. Wir wollen ihr Verhältnis zum Gesetz anschauen. Und die Betrachtung führt uns von der Zeit der Schöpfung des ersten Menschen bis hin zu dem Abschluss, nämlich den übrigen, so wie sie genannt werden in der Offenbarung, wenn Jesus kommt. So, es wird versucht, einen groben Überblick zu geben über Gottes Volk oder über Gottes Gemeinde. Und wir wollen uns ein wenig konzentrieren, sicherlich auf die Geschichte, aber noch mehr auf den Zweck und das Ziel, die die Gemeinde heute hat im Erfüllen des Gesetzes Christi. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir immer wissen, welches ist der Zweck, warum Christus den Menschen schuf. Welches war der Sinn des Ganzen? Und wir wissen aus der Schöpfungsgeschichte, aus der Heiligen Schrift, dass der Zweck war, damit er ein Herrscher sei, das heißt ein Diener für diese ganze Welt. Der Mensch war gesetzt in den Garten Eden auf dieser Welt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und diese Aufgabe war in vollem Bewusstsein seiner Moral, das heißt in voller Verantwortung, diese Schöpfung, die Gott gemacht hatte, zu erhalten, zu pflegen und ihr zu dienen. Dazu sah der Mensch sich natürlich berufen und als er den Tieren den Namen gab und merkte, dass die alle Pärchen sind, so wunderte sich Adam, dass er alleine war. Und so entstand ihm der Wunsch, diese Arbeit mit jemandem zusammenzutun. Und so gab ihm Gott einen Helfer. Es ist manchmal erstaunlich, wenn wir nicht wissen, zu welchem Zweck Gott den Menschen schuf, wissen wir auch nicht, wozu er die Eva brauchte. Es war nicht gedacht, dass die zwei sich um sich selber kümmern. Es war nicht gedacht, dass einer den anderen sozusagen trägt, sondern es war gedacht, dass sie zusammen die Aufgabe erfüllen, zu dem sie Gott gerufen hat. Diese Aufgabe war es, weshalb die Eva als Helfer genannt wurde. Weil sie sollten gemeinsam etwas tun. Nicht einer für den anderen. Sicherlich auch. Aber nicht das war der Zweck. Der Zweck, weshalb Gott die Ehe schuf, weshalb er sie machte, war, um ein Werk zu tun. Wir vergessen in unserem egoistischen Blick, dass die Ehe nicht gemacht wurde zum Selbstzweck. Wir vergessen in unserem egoistischen Blick, dass die Gemeinde nicht gemacht wurde, um Gottesdienst zu feiern. Die Gemeinde und die Ehe wurde nicht gemacht, dass man sich gegenseitig unterhält, sondern sie wurde gemacht, damit man gemeinsam ein Ziel verfolgt. Und dieses Ziel ist nicht man selbst. Aber das hat der Mensch nach dem Sündenfall nicht mehr verstanden. Adam und die Eva hatten keine Schwierigkeit, ihre Aufgabe zu erfüllen, gemeinsam, wo sie Gott hingestellt hatte. Die Eva hatte kein Problem, eine Helferin zu sein, weil es ging ja nicht um sie, es ging auch nicht um Adam, es ging um die Arbeit, die sie gemeinsam machen sollten. Und so ist es, dass Gott immer derjenige ist, der nicht etwas schafft zum Selbstzweck. Wie könnte er das auch tun? Er selber ist selbstlos und er selber dient. So kann er nur alles in seinem Bilde schaffen und in der Art und Weise, wie er ist. So Adam und Eva wurden geschaffen für ein Werk. Sie sollten diese Erde erhalten, sie sollten alles, sich um alle Belange der Natur, der Tiere kümmern und sollten sich zusammen mit der Natur unter demselben Gesetz vermehren und die Erde füllen und in diesem Dienst nie aufhören. Das war, warum Gott sie schuf. Damit sie einen Zweck erfüllen, damit sie etwas tun. Gott hat nicht den Urlaub erfunden. Er hat die Ruhe gegeben und er hat in diesem Ablauf einen Tag besonders eingebaut, der Ruhe. Aber der Mensch sollte auch am Ruhe-Tag sich nicht um sich selber kümmern. Der egoistische Umwandel nach dem Sündenfall hat all diese den Grund, weshalb Gott den Menschen schuf, verdunkelt. Wir sehen es nicht mehr, dass der Mensch nicht zum Nichtstun gemacht wurde. Und wir sehen heute, wenn jemand nichts zu tun hat, müßig kann, ist eines der größten Plagen, die einem Mensch befallen kann. Nichts zu tun zu haben. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er etwas tut, damit er etwas arbeitet. Und zu dieser Arbeit hat er ihm einen Helfer gegeben in seiner Frau. Und zusammen sollten sie ein Werk erfüllen. Sie fielen. Und das Werk wurde, wenn man so will, ihnen weggenommen. Satan wurde der sogenannte Herrscher dieser Welt. Und er hat alles umgeändert, was er umändern konnte, um ein falsches Bild von Gott zu geben, wie Gott ist. Gott hat die Tiere nicht geschaffen, dass sie Raubtiere sind. Nein, sie haben alles Gras gegessen. Es war keines, was das Leben eines Anderen nahm. Es war völlige Harmonie am Anfang. Bis der Welt, bis der Mensch sündigte. Und nach dem Sündenfall wurde alles durcheinander gebracht, weil der Mensch nicht mehr der Herrscher war, sondern jetzt hatte Satan diese Herrschaft, diese Stelle eingenommen. Und der Mensch war jetzt gefangen in seinem Egoismus, um sich selbst zu dienen und sich selbst zu befriedigen. Das führte zu einer großen Katastrophe. Nach nur 1500 Jahren war der Mensch so herabgefallen, dass Gott mit ihm nichts mehr anfangen konnte. Die Bibel sagt, dass Gott nicht mehr den Menschen mit seinem Geist strafen konnte. Das heißt, er konnte ihn nicht mehr gewinnen zu irgendeiner guten Tat. Der Mensch war so abgefallen, dass sein weiterleben einen völligen Ruin gebracht hätte der Erde. So, um den Menschen zu retten, um die Erde zu retten, führt Gott die Sintflut. Und der Noah war vor der Sintflut der Vertreter Gottes, der predigte 120 Jahre, damit man Gott ernst nimmt. Leider, als der Tag kam, wo Noah in die Arche ging, mit seinen Familienmitgliedern, seinen drei Söhnen und deren Frauen, folgte kein anderer mehr von den Menschen nach. Die Tiere kamen, so wie Gott sie lenkte, aber die Menschen kamen nicht. Und so versuchte Gott dann, nachdem die Sintflut vorbei war, nachdem Noah auch nicht anschließend und seine Söhne manche treu waren, manche untreu, aber wo dann die Verwirrung kam mit dem Turmbau zu Babel, da suchte sich Gott einen Menschen, damit er das, was er vorhatte in dieser Welt zu erreichen, er suchte sich Abraham aus. Und Abraham war ein gottesfürchtiger Mensch und Gott berief ihn und wir haben gesehen, er sollte zum Segen werden und sein Same sollte so viel sein wie Sterne am Himmel. Zu welchem Zweck berief Gott den Abraham? zu einem Selbstzweck? Sollte Abraham sich selber dienen oder sollte er ein Segen sein? Wir finden das so deutlich geschrieben in seiner Berufung im ersten Buch Mose Kapitel Vers 2 und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein du sollst ein Segen sein das heißt berief Gott den Abraham um müßig Gang zu treiben oder geschweige sich um sich selbst zu drehen und zu kümmern nein ein selbstloser Gott beruft einen Menschen in seinem Dienst um ihm die Selbstlosigkeit beizubringen um ihn zu einem Wesen zu machen das ihn darstellt und damit ein Segen ist für die Menschheit Abraham sollte nicht zu einem großen Volk werden damit der Segen damit er groß wird und populär und bekannt das war nicht der Zweck sondern damit er segnen sollte damit er den Menschen ein Licht geben sollte wie Gott ist Abraham wurde zu einem Volk und Israel hatte seine beste Zeit in der Zeit des Königs Salomo damals schien das Licht Gottes von Jerusalem aus und die Welt kam und suchte Salomo und suchte das Licht Gottes zu sehen und man konnte es erkennen nicht nur in dem äußeren Reichtum aber auch besonders in der Weisheit die Salomo hatte und mit der das Volk regierte aber Salomo benutzte das Mittel zu seinem eigenen Zweck er machte für sich die Paläste er wurde durch die Veränderung dessen dass er den Segen Gottes nahm und ihn für sich anwandte zu einem Diktator über das Volk und so wurde es ein Rennen nach Stolz nach Großsein aber nicht für den Herrn sondern für sich selbst Salomo kehrte zurück am Ende seines Lebens aber die Spur die hinterließ war die dass das Volk und dass die dass Israel seinen Glanz verlor es wurde getrennt und so waren es jetzt zwei Staaten und so konnte Gott seinen Zweck den er erfüllen wollte nicht erfüllen der Ruf den er dem Abraham gegeben hatte wurde immer nur zum Teil erfüllt immer nur zum Teil gab es Hinweise auf den Gott Israels und seine Herrlichkeit und sein Wesen und so in der mitten in der Finsternis der Welt als Israel längst seinen Auftrag verloren hatte aus den Augen da sandte Gott seinen Sohn in diese Welt um etwas zu tun um eine Erneuerung zu bringen um wieder das Ziel vor Augen zu bringen deren die er gerufen hatte sein Volk zu sein aber sein Volk in der großen Menge verwarf ihn und so gründete Christus aus dieser aus diesen übrigen eine Gemeinde und er setzte diese Gemeinde unter ein neues Gesetz wir haben in der Betrachtung gesehen als Christus wir das Gesetz Gottes und das Gesetz Christi sahen dass er der Gemeinde jetzt am Ende seines Lebens seines Dienens einen Tag bevor er gekreuzigt wird gibt er an sein Volk ein sogenanntes neues Gebot und dieses neue Gebot ist es was ich ein wenig betrachten möchte weil es beinhaltet das Gesetz den Auftrag für sein Volk so lasst uns das schauen das Gesetz ich sage jetzt mal das alte Gebot sagte man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst so die Liebe war verglichen zu dem wie dich selbst und jetzt kommt das neue Gebot und was hat es neu an sich was ist das was es neu ist lasst es uns lesen in johannes 13 13 34 ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr einander lieben sollt damit wie ich euch geliebt habe auch ihr einander liebt daran wird jedermann erkennen dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt so was ist neu an dem Gebot Jesus ersetzt das wie dich selbst wenn man so will indem er sagt wie ich euch geliebt habe wie ich euch geliebt habe so solltet euch lieben weil wie ich euch geliebt habe ist genau die Erfüllung wie dich selbst so wir sind heute sehr häufig in dieser schlimmen Auffassung wir müssten uns zuerst selbst lieben dass wir den anderen gern haben wenn wir aber jetzt das Leben Jesu nehmen wo finden wir dort die Selbstliebe deshalb ist es so wichtig Jesus gab sein Gesetz seinen Jüngern seiner Gemeinde nicht ohne einen Zweck er wusste was über die Jahre und über die Zeiten des Geistes Menschen alles erfinden würde damit das Gesetz Gottes verdreht wird und verändert damit es nicht mehr erfüllt werden kann wir dürfen nie vergessen wenn der Feind etwas fürchtet dann fürchtet er dass die Menschen Gottes Gesetz erkennen dass sie es halten könnten dass sie es sehen könnten in seiner Schönheit das fürchtet der Feind deshalb ist sein ganzer Konflikt sein ganzes Bestreben ist das Gesetz nach wenn es möglich ist weg zu tun und seine Anstrengungen scheinen ja Erfolg zu haben aber Jesus hat vorgearbeitet er sagt ich gebe euch ein neues Gebot es ist dass ihr versteht was es bedeutet wie dich selbst heißt wie ich euch geliebt habe damit macht er den Weg zu für eigene Erfindungen wie die Liebe sein soll dafür schließt er den ich sag jetzt mal den Irrtum man müsste sich zuerst selber lieben damit man auch den anderen liebt damit führt er und sagt der Standard des Gesetzes bin ich und so wie ich das Gesetz erfüllt habe so wie ich euch geliebt habe so wie ihr mich gesehen habt zu handeln mit den Menschen da draußen und mit euch so sollt ihr auch miteinander umgehen zu welchem Zweck wo liegt der Auftrag in diesem neuen Gebot wenn wir so leicht übersehen weil Jesus gibt das neue Gebot nicht damit die Gemeinde sich wohlfühlt untereinander er sagt daran wird jeder Mann erkennen wer jedermann das heißt warum beruft er seine Gemeinde damit man erkennt sein Gesetz damit man erkennt Gott wie er ist daran wird jedermann erkennen dass ihr meine Jünger seid daran wird jedermann erkennen es war ein Grund weshalb Christus auf diese Welt kam weil die Menschen die ihm nachfolgen seine Liebe sein Wesen tragen und ausstrahlen so das neue Gebot engt oder erleuchtet ich würde besser sagen es erleuchtet die Bedeutung des Alten es ist nicht wirklich ein neues Gebot vom Inhalt her es ist nur neu in dem Sinne dass wir verstehen das wie dich selbst bedeutet so wie Christus zu lieben das Alte wird dadurch nicht abgeschafft es wird nur erklärt und es wird so erklärt dass man keinen Irrtum mehr hat was es bedeutet so kann keiner kommen und sagen ja ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst so habe ich wenig Selbstliebe kann ich also auch wenig meinen Nächsten lieben dann ist das alles hinfällig weil jetzt hat man ein Modell jetzt hat man einen Standard der ist nicht geistig in dem Sinne nur auf eine Idee aufgebaut sondern das ist jetzt praktisch bis Christus hatte man kein vollkommenes Modell was es bedeutet das Gesetz wie dich selbst zu erfüllen in Christus deshalb kam er auf diese Welt deshalb musste er in der Finsternis oder in der finstersten Stunde dieser Welt Geschichte als alles wieder ohne Erfolg aussah dass Gott je seinen Plan erfüllen könnte mit der Erlösung des Menschen in der Stunde musste er kommen und in dieser Stunde musste er mit einem hellen Licht zeigen was das Gesetz ist was die Erfüllung des Gesetzes ist und diese Erfüllung zeigt er in seinem Leben deshalb gibt es keine Entschuldigung für irgendeinen Nachfolger Jesu zu sagen ich bin nicht Jesus ich bin ja nicht der Heiland sonst wenn ich der Heiland wäre bräuchte ich keinen Erlöser nein nein die Erlösung hat einen Zweck die Erlösung hat ein klares Ziel Gott berief seine Gemeinde mit einem klaren Ziel sie sollte das Gesetz das übertreten war das über Jahrtausende immer wieder übertreten war an das Licht bringen und sie sollte es leben genauso wie Christus es gelebt hatte und deshalb wurden die Christen in Antiochien wurden sie als erstes mit diesem Namen benannt Christen weil sie so waren wie Christus weil ihr Thema ihres Lebens ihres Redens und Handeln war das Ebenbild des Meistes die Anfangsgemeinde die in der Offenbarung steht in Enefessus die Gemeinde die den Heiligen Geist im Frühregen bekam damals als zu Pfingsten Christus dieses große Geschenk der seiner Gemeinde gab war sie deshalb mit diesem Namen genannt weil sie das war aber schauen wir uns doch heute wir haben es gesehen in den letzten Betrachtungen der Name Christ ist alles andere als populär und geschweige denn populär man achtet einen Christen nicht dass er ein Christ ist wenn man sagt okay das ist etwas Nobles nein nein bei weitem nicht es ist ein ein Zustand zum Heulen dass die Christen den ganz größten Nachteil Gott in dieser Welt bringen weil sie sagen etwas sie verkünden etwas sie sagen etwas über die Liebe Gottes aber sie sind und wandeln egoistisch und kümmern sich um sich selbst wie kaum jemand anderes das ist destruktiv das ist zerstörerisch und deshalb hat Gott seine Gemeinde nicht gegründet dass sie seinem Namen Schande bringt die Israeliten wurden nicht gerufen dass sie Gott Schande bringen dennoch sagt die Schrift im Römer Kapitel 2 Vers 26 um euret Willen wird der Name Gottes gelästert auf Erden um der Juden Willen derer die Gott darstellen sollte dasselbe ist aus den Christen geworden die Christen wurden gerufen so zu sein wie Christus wie ich euch geliebt habe heißt so zu sein wie Christus aber wenn man heute einem Christen das Maß Christi ansetzt an sein Leben dann entschuldigt er sich und sagt ich bin nicht Christus und das ist dass die Gemeinde das Gebot Gottes nicht mehr versteht wir lesen das ganz lese ich doch ganz schön ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr euch untereinander liebt so wie ich euch geliebt habe und daran wird jeder man erkennen dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt oh wie fein ist das aber wer soll uns erkennen wer soll uns sehen was sieht man denn an uns was sieht man wenn man einen Fremden in die Adventgemeinde schickt was erkennt er dort oh ja wir sind Christen aber wir können nie so sein wie Christus das ist eine Anmaßung wir sind Christen mit dem Namen aber wir können nicht das Leben Jesu leben wir werden uns immer streiten wir werden immer nach der größten Position suchen wir werden immer schauen dass mich ja niemand benachteiligt wir werden immer gucken dass alles so läuft wie ich es will wirklich die Gemeinde und wenn wir alle Christen nehmen nicht nur die Adventisten wenn wir sie alle sehen wie sie sind dann muss man sich die Frage stellen hat ihnen Jesus deshalb das Gebot gegeben das Gesetz wie ich euch geliebt habe dass sie dann alle hingehen und sagen das das geht nicht dieses Gebot ist zu groß für uns ja du warst ja Gott und Mensch wir wir sind nur Menschen wir können dieses Gebot nicht erfüllen ja meine lieben deshalb aus diesem Grund zeigt die traurige Geschichte der Christenheit und sie sieht traurig aus es macht Gott keine Freude es macht Christus keine Freude auf seine Gemeinde zu sehen seine Gemeinde dieser Tage des Endes die siebte Gemeinde beschrieben als Laudizea in Offenbarung Kapitel 3 ab Vers 14 dort sagt er du verursachst mir ein eine Übelkeit dass ich dich ausspeien möchte dass ich dich erbrechen möchte aus meinem Leben die Gemeinde Gottes ist alles andere als dass Gott mit Freude auf sie blicken könnte sie ist gerufen das Licht der Welt zu sein aber sie ist es nicht wird Gott seinen Plan aufgeben wird er es aufgeben dass er diese Welt im Irrtum lässt sterben heute in dieser größten Volkssammlung von sieben Milliarden und mehr Menschen wird er diese Menschen heute einfach loslassen und sterben lassen weil er keinen hat der ihn darstellt wird er sich dazu überwinden seine Gemeinde zu erbrechen die Bibel sagt dass er das nicht tut ja die die nicht in Ordnung sind die werden erbrochen aber die sind so oder so durch ihr Wesen durch ihre Taten ausgeschlossen Gott muss deshalb etwas unternehmen er muss etwas tun damit er diese sieben Milliarden Menschen nicht in der Dunkelheit lässt er wird etwas tun mit seiner Gemeinde und das was er tun wird wird nicht so einfach sein wird nicht so angenehm sein wie wir uns das vorstellen was wird er tun er wird so sagt christus er wird seine gemeinde sichten das heißt er wird seine gemeinde in eine not bringen wo die gemeinde wo es getrennt wird wo er schüttelt und es bleiben nur noch die drin die wirklich Weizen sind alle Spreu wird herauskommen alles was nicht dazu gehört wird ausgesichtet ausgestoßen werden dieses werk wird in fast allen alten testamentlichen propheten geschrieben beschrieben der jeremia schreibt von einem olivenbaum der geschüttelt wird das bedeutet die gemeinde wird geschüttelt sie muss durch eine krise gehen und es bleiben am olivenbaum nur noch ein paar der prophet jesaja sagt wenn gott nicht übrig lassen würde ein paar vielleicht lesen wir sind jesaja kapitel eins jesaja kapitel eins wo der zustand des volkes beschrieben wird nicht in einer in einer schönen art wenn ich lese ab vers 3 ein ochse kennt seinen besetzer und ein esel die krippe seines herrn aber israel hat keine erkenntnis mein volk hat keine einsig wehe der sündige nation dem schuldbeladenen volk same der übeltäter verderbte kinder sie haben den herrn verlassen haben den heiligen israels gelästert haben sich abgewandt wohin soll man euch noch schlagen da ihr doch den abfall nur noch weiter treibt das ganze haupt ist krank und das ganze herz ist kraftlos von der fußsohle bis zum scheitel ist nichts unversehrtes an ihm sondern klaffende wunden und striemen und frische verletzungen die nicht ausgedrückt noch verbunden noch mit öl gelindert sind als der zustand der damaligen zeit aber es ist der zustand den unsere heutige gemeinde darstellt von kopf bis zum scheitel oder vom scheitel das ganze hauptes gang das herz von der so so bis zum scheitel alles vers vers 15 vers 16 wascht reinigt euch tut das böse das ihr getan habt von meinen augen hinweg hört auf böses zu tun lernt gutes tun trachtet nach dem recht helft den bedrückten schafft der weisen recht führt den rechts schreit für die witwe kommt doch wir wollen miteinander rechten spricht der herr wenn eure sünden wie scharlach sind sollen sie weiß werden wie der schnee wenn sie rot sind wie kamesin sollen sie weiß wie wolle werden seid ihr willig und gehorsam so sollt ihr das gute des landes essen wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid so sollt ihr vom schwert gefressen werden ja der mund des herrn hat gesprochen so der zustand ist furchtbar aber gott gibt seine gemeinde nicht auf er tut etwas er muss etwas tun damit diese gemeinde doch noch ihr ihren auftrag das ziel was er hatte mit ihr zu erfüllen so er muss es tun und wenn auch nur ein paar übrig bleiben und nicht viele so wird es dennoch ein licht geben das die ganze welt erleuchtet das steht hier in kapitel 6 vers 13 und bleibt noch ein zehntel darin so fällt auch dieses wiederum der vertilgung anheim aber wie die terabinte und die eiche beim fällen doch noch ihren wurzelstock behalten so bleibt ein heiliger same als wurzelstock deshalb haben wir in der heiligen schrift nach diesem werk der sichtung ein überrest so wie wenn man etwas abschneidet es bleibt dennoch noch ein heiliger same übrig diese diese werden genannt die übrigen deshalb hat die heilige schrift die übrigen und die übrigen in den alttestamentlichen zeiten wir kennen sie als das volk israel völlig abgefallen war und elia sagt ich bin der einzige der übrig geblieben ist hat gott gesagt ich hab mir noch siebentausend mann in israel behalten die nicht ihre knie gebeugt haben vor bar so sie waren nicht unbedingt sichtbar aber sie waren vorhanden unter dem großen abfall gab es immer einen überrest und auch in diesen letzten tagen dieser weltgeschichte in dem großen kampf der gemeinde mit dem satan mit der schlange wird hier deutlich gemacht dass im kapitel zwölf in offenbarung vers 17 davor wird der kampf geschrieben wie die wie die schlange versucht die frau zu töten sie zu vernichten und vers 17 steht und der drache war der zornig über die frauen ging hin zum krieg um krieg zu führen mit den übrigen von ihrem sammen welche die gebote gottes befolgen und das zeugnis jesu christi haben so diese sind die übrigen die haben etwas am zwei dinge sie haben die gebote gottes und das zeugnis jesu sie haben eine klare sie haben ein klares bild wie sie aussehen dieses werk der erschütterung dieses werk der sichtung seiner gemeinde wird sehr deutlich in dem hebräerbrief beschrieben der hebräerbrief ist letztendlich geschrieben für die letzte generation für unsere zeit heute damit wir verstehen worum es geht dort steht seine stimme erschütterte damals die erde jetzt aber hat er eine verheißung gegeben er spricht noch einmal erschütter ich nicht allein die erde sondern auch den himmel im kapitel 12 vers 26 dieses noch einmal deutet aber hin auf die beseitigung der dinge die erschüttert werden als solche die erschaffen worden sind damit die dinge bleiben die nicht erschüttert werden können darum weil wir ein unerschütterliches reich empfangen lasst uns die gnade fest halten durch die wir gott auf wohlgefällige weise dienen können mit scheu und ehrfurcht denn unser gott ist ein verzehrendes feuer so gott muss ein werk tun um den abfall aus dem in dem seine gemeinde gekommen ist genauso damals wie israel er muss etwas tun und er wird es tun so wie es in der ganzen heiligen schrift voraus gesagt hat er wird ein werk der sichtung bringen ein werk der prüfung des schüttelns der schüttelns der baum wird geschüttelt das volk wird gesichtet und wenn nur ein zehntel übrig bleibt wird auch das gesichtet es bleibt aber ein heiliger same übrig und um diesen heiligen samen geht es gott weil mit diesem heiligen samen wird er das werk das er sich vorgenommen hatte nach dem fall der sünde das der mensch wieder erfüllen sollte nämlich das ebenbild gottes darstellen dass der mensch gott kennt weil das der einzige weg ist zur lösung dass das geschieht und die ganze welt diese sieben milliarden oder wie viel es sein werden wenn dieses werk geschieht werden erhält werden durch die herrlichkeit des herrn durch die übrigen die ihren auftrag erfüllen so zu sein wie christus gott hat uns einen auftrag gegeben sein gesetz sagt nicht mehr so wie dich selbst sondern dieses wie dich selbst wurde verdeutlicht wie christus es getan hat so ist es wie dich selbst und tust du das dann ist alles in ordnung der paulus beschreibt das wunderbar in feser kapitel 5 diesen vergleich bringt dieses wie christus geliebt hat ist lieben wie sich selbst ist den nächsten zu lieben wie sich selbst bedeutet so wie christus das ist das neue am gesetz es gibt ein bild es gibt ein vorbild und dieses vorbild muss als helles licht die ganze welt erleucht das ist das ziel gottes mit seiner gemeinde das ist das verhältnis zwischen christus und zwischen seiner gemeinde und dem gesetz seine gemeinde soll das gesetz genauso füllen wie christus es erfüllt dann hat sie ihren zweck erfüllt dann kann das werk beendet werden dann kann es zum abschluss kommen dann kann die ernte eingefahren werden und nur dann wird sie eingefahren werden möchtest du zu diesen übrigen gehören möchtest du das neue gebot jesu möchtest du dieses gesetz was er uns gegeben hat aus seinem munde möchtest du erfüllen es braucht zwei dinge um es erfüllen zu können es bedarf meines ganzen willens und es bedarf meines ganzen glaubens es zu tun wille und glaube das sind die zwei elemente die die übrigen ausmachen werden sie werden verliebt sein in den gedanken so zu sein wie christus sie werden verliebt sein in den gedanken der welt ein segen zu sein und sie werden glauben dass es möglich ist ohne glauben können sie es nicht tun egal wie viel sie wollen es wäre so frustrierend wie der paulus in römer 7 schrieb das gute das ich will kann ich nicht aber ohne dass ich das gute will wird auch der glaube nicht aktiv sein so ich brauche einen klaren willen was ich will und ich brauche einen festen glauben der mich befähigt den willen den ich habe auch auszuführen möchte zum abschluss ein zitat lesen aus dem buch christi gleichnissen es ist das letzte gleichnis der bräutigam dem bräutigam entgegen es ist das gleichnis das für die zeit des endes von jesus gegeben wurde und dieses gleichnis hat etwas in sich was man manchmal nicht so sehr erkennen kann dieses gleichnis hat zehn jungfrauen die ein licht haben ein licht eine lampe und jesus hatte gesagt seine nachfolgen ihr seid das licht der welt und sie sollen die welt erleuchten es muss die welt erkennen dass es einen gott gibt damit sie eine entscheidung treffen kann diese sieben milliarden menschen wissen nicht wie gott ist sie haben ein verkehrtes bild man wird es ihnen nicht durch bücher erklären können aber man wird es ihnen durch ein menschenleben erklären können und dann werden sie gott sehen so wie er ist so sollen auch die nachfolger christi licht in die fensternis der welt werfen also nicht zum selbst weg wir sollen heilig sein nicht für uns selbst nein nicht um unser lösung willen das ist alles nur neben werk ja es ist inbegriffen aber es ist nicht das ziel der zweck ist andere zu erlösen wir sind geschickt von christus ein licht zu sein wodurch die welt erlöst wird durch durch den heiligen geist wirkt das wort gottes wie ein licht und wird im leben dessen der es aufnimmt eine umbildende kraft indem der heilige geist die grundsätze des wortes gottes in die herzen der menschen einpflanzt entwickelt er in ihnen die eigenschaften gottes das licht seiner herrlichkeit sein charakter soll aus seinen nachfolgen heraus strahlen wie jesus zu sein wie ich euch geliebt habe mein beispiel ist der standard keiner geht höher und keiner geht tiefer kann tiefer sein doch jeder muss zum standard christi heranwachsen durch die kraft des heiligen geistes in ihm so sollen sie gott verherrlichen den pfad zur wohnung des bräutigams zur stadt gottes zum hauchzeitsmahl des lammes erhellen der bräutigam kam um mitternacht um die dunkelste stunde so wird auch das kommen christi in der dunkelsten zeit der geschichte dieser welt stattfinden die tage noas und lots geben uns ein bild von dem zustand der welt wie er gerade vor der wiederkunft des menschensohnes sein wird die heilige schrift erklärt betreffend dieser zeit das satan mit kräften und mit allerlei verführung zur ungerechtigkeit wirken wird sein wirken zeigt sich klar durch die schnell zunehmende finsternis die zahlreichen irrtümer ketzereien und verführungen dieser letzten tage satan nimmt nicht nur die welt gefangen sondern seine täuschungen und verführungen durchsäuern sogar die sich zu unserem herrn jesus christus bekennenden gemeinden der große abfall wird sich zu einer finsternis entwickeln die so schnell so dunkel sein wird wie die mitternacht so undurchdringlich wie ein herner sack diese zeit wird für das volk gottes eine nacht der prüfung eine nacht des weinens eine nacht der verfolgung um der wahrheit willen sein aber aus jener nacht der finsternis wird das licht gottes hervor leuchten er lässt das licht aus der finsternis hervor leuchten die erde war wüst und leer und es war finster auf der tiefe und der geist gottes schwebte auf dem wasser und gott sprach es werde licht und es war licht so erklingt auch in der nacht geist licht das wort gottes es werde licht zu seinem volk sagt er mache dich auf werde licht denn er nicht kommt und die herrlichkeit des herrn geht auf über dir denn siehe sagt die schrift finsternis bedeckt das erdleich und dunkel die völker aber über dir geht auf der herr und seine herrlichkeit erscheint über dir diese texte stehen aus jesaja jesaja 60 so es ist die verkennung gottes welche die welt in finsternis einhüllt das heißt man weiß nicht wie gott ist wenn jesus sagt denn das ist das ewige leben dass sie dich der allein wahrer gott bist und den du gesandt hast jesus christus erkennen dann kann eine welt mit sieben milliarden menschen nicht erlöst werden es sei denn sie sieht gott wie er ist und Gott kann sich nur in einem menschen der welt offenbar deshalb hat er seine jünger berufen die gemeinde ist nicht zum selbst zweck da sie ist nicht da um gottesdienst sabbat für sabbat zu feiern das ist inbegriffen aber es ist nicht der zweck der wahre gottesdienst sagt die schrift ist den witwen und den weisen zu dienen als arbeit während der woche die menschen verlieren ihre kenntnisse über gottes charakter derselbe wird missverstanden und fälschlich gedeutet zu dieser zeit dieser finsternis soll eine botschaft von gott verkündigt werden eine botschaft die einen erleuchtenden einfluss und eine rettende kraft hat gottes charakter soll bekannt gemacht werden in die finsternis dieser welt soll das licht seiner herrlichkeit das licht seiner güte barmherzigkeit und wahrheit leuchten durch wen durch worte oder durch tat durch eine schöne botschaft oder durch ein schönes leben was wird es letztendlich sein was diese menschen leuchten diese wälder leuchten wird es wird das leben da sind die worte drin es wird das leben der christen sein die die ganze welt erleuchtet es wird der heilige samen der übrigen sein die ihre lampen vorbereitet haben ihr licht es ist ihr charakter der jesu charakter widerstrahlt an diesen menschen kann kein gottloser vorbeigehen und seine entscheidung nicht treffen an diesen menschen werden die menschen ihre entscheidung treffen zum leben oder zum tode es wird die letzte entscheidung sein es wird der letzte ruf sein aber wird in einer deutlichkeit in einer schönen in einer größe offenbart werden wie wir es uns nicht vorstellen können das wird gott tun mit den übrigen seiner gemeint was werden diese haben es es ist es ist vorrecht einer jeder seele ein lebendiger kanal zu sein durch welchen gott der welt die schätze seiner gnade den unerforschlichen reichtum christi mitteilen kann christus wünscht nichts so sehr als werkzeuge zu haben die der welt seinen geist und seinen charakter darstellen was ist sein gesetz was ist sein gebot was ist das verhältnis zwischen seiner gemeinde und dem gesetz seine gemeinde erfüllt das gesetz genauso wie christus es erfüllt hat das ist der herrliche abschluss des großen kampfes die gemeinde gottes wird den charakter dessen an denen sie glaubt den sie lieb hat darstellen in ihrem leben und das wird die welt erkennen und daran wird die welt ihre letzte wahl haben sich zu gott zu weihen oder nicht deshalb glaube ich dass dann wenn die gemeinde ihr zweck erfüllt wenn jeder von uns der will zu diesen übrigen gehören der wenn die prüfung kommt und das schütteln kommt dass er übrig bleibt damit er dann den spätregen den geist gottes empfängt und dann licht sein kann auf diese ganzen welt dann werden es viele millionen menschen sein die christus annehmen werden ich habe den glauben dass zu unserer zeit die meisten menschen errettet werden anhand des großen lichtes welches die gemeinde gottes in den letzten sekunden dieser weltgeschichte haben und diese menschen werden so wie der schecher am kreuz ihr den herr anrufen und erlöst werden aber sie werden den herr anrufen nicht durch eine besondere offenbarung gottes vom himmel sondern durch eine besondere offenbarung gottes im menschen in seinem volk in seinen übrigen und es gibt nichts dessen die welt so sehr bedarf als eine offenbarung der liebe des heilandes durch menschen was denn das neue gebot wie ich euch geliebt habe die liebe des heilandes offenbart in menschen das ist die erfüllung des gesetzes der ganze himmel verlangt nach kanälen durch welche das heilige öl fließen könne um menschlichen herzen zur freude und zum segen zu gereichen willst du das noch einmal die frage und und glaubst du das ist möglich ist Gott kann uns will nichts tun in unserem herzen unserem leben glaubens ja du willst es reicht nicht aus du musst auch überzeugt sein in deinem herzen obwohl du es nicht siehst der glaube ist nur eine hoffnung dessen dass man nicht sieht und nicht zweifeln an dem also dass eine hoffnung dessen dass man will dass man hofft zu sein aber nicht zweifeln an dem was man nicht sieht das ist der glaube ich sehe nicht wie christus in meinem leben je völlig zum scheinen kommen kann aber ich glaube es und ich will es und so wird es auch sein wenn der glaube und der wille sich festhält an christus und mit dem heiligen geist zusammenarbeit dann wird eines tages in dem leben meinem und nicht jedem der das will der charakter christi offenbart wird möchtest du dieses neue gebot annehmen möchtest du als der gerufen ist in die gemeinde nicht zum müßig gang gerufen worden ist nicht zum urlaub machen nicht zum ausruhen in der liebe gottes alles ist klar friede friede freude und party feiern das ist nicht der auftrag möchtest du den auftrag ernst nehmen weil du weißt du hast ein herz das voller stolz egoismus ist du weißt du hast ein herz das halsstarrig und schwer ist zum lernen willst du dich gott so weihen und mit ihm zusammen arbeiten dass dieses herz geändert wird nicht um deiner willen nicht damit du vor dir selbst scheinst nicht damit du gott irgendwas beweist sondern damit die welt erkennt es gibt einen liebenden gott es gibt einen gott er sein leben gegeben hat für die erlösung des menschen es gibt einen gott der einen charakter hat der ist selbst los wo man sich selbst vergisst und ein festes ziel hat gottes willen umzusetzen die ehe der sabbat die gemeinde sie alle wurden nicht zum selbst zweck des menschen gemacht sie wurden nicht einmal für den menschen gemacht wenn man so will sie wurden für den menschen gemacht damit er ein diener ist damit er dient was hat unsere sündige natur mit den geschenken gottes mit dem zweck gottes getan wollen wir uns doch in uns selbst gehen wollen wir uns in dem spiegel dieses gesetzes anschauen der freiheit und wollen sagen herr vergib uns herr wir bitten dich hilf uns wir wollen daraus wir wollen und wir glauben dass du es tun kannst dann wird das glorreiche ziel gottes mit seiner berufung abrahams zum ziel kommen es wird in unserer generation sein ich habe keinen zweifel alles was zählt ist willst du dabei sein möchtest du es wirklich dann setze deinen willen ein und nimm dir das wort und glaube es und tue tag für tag wozu dich gott berufen hat und eines tages wird sein werk in dir beenden und du wirst leuchten in der mitten in der finsternis dieser welt wenn alles andere grausam ist wird dein licht hervorscheinen und es wird das licht des charakters der liebe gottes sein und daran wird die welt sich entscheiden das ist der auftrag das ist das verhältnis zwischen gottes gemeinde und dem gesetz sie wird das gesetz erfüllen hier ist geduld der heiligen hier sind die die gebote gottes und haben den glauben jesu alle drei merkmale christi eine geduld ohne ende die erfüllung der zehn gebote gottes in seinem leben wird so genauestens wiedergegeben sein in dem leben seiner gemeinde seiner übrigen und sie werden dahin kommen weil sie genau denselben glauben üben den christus geübt hat das will ich und ich hoffe wir können uns alle vereinigen zu diesem einen ziel und gott wird treu sein und in diesen tagen werden wir seine herrlichkeit sehen und unsere augen den heiland sehen wenn er kommt aber darüber wollen wir sprechen in der nächsten betrachtung wenn es darum geht gottes königreich und sein gesetz Amen